Mondphasen im Jahresverlauf. Was das mit Operationen oder auch mit Business zu tun hat, das kann uns jetzt die Johanna Paunga erzählen. Sie ist Expertin für Mondphasen im Jahresverlauf. Dauerwerbesendung. Vielen Dank, liebe Johanna, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und wieso sind denn die Mondphasen im Jahresverlauf so wichtig? Ja, es ist für mich persönlich was sehr wichtig in meiner Kindheit. Ich bin so aufgewachsen. Man hat die Mondphasen täglich verwendet oder benutzt oder wie immer man das sagt. Und das war damals einfach notwendig, weil wir auf dem Bauernhof, dem Bergbahnhof aufgewachsen sind, wo keine Maschinen möglich waren, weil es zu steil war. Und so hat dieses alte Wissen von den Mondphasen noch Gültigkeit gehabt und war in meiner Familie fest verankert, was natürlich in vielen anderen Bauernhöfen schon wieder verloren ging, weil die Maschinerie eingesetzt hat. Und da hat man natürlich dann viel schneller irgendwas machen können. Und wenn man nach den Mondphasen die Ernte einbringt oder die Aussaaten nach der Mondphase macht, dann weiß man auch, dass das funktioniert. Und wenn man das alles händisch macht, will man auch, dass das funktioniert, weil das sehr viel Arbeit ist, wenn das nicht funktioniert. Oder die Saat nicht keimt und so weiter oder das Heu verfaulen anfängt und so weiter oder schimmlig. Und mit den Maschinen fährt man einfach schnell wieder mal drüber, wenn es reingeregnet hat und so weiter. Und so ist es eben, das Wissen einfach vorhanden gewesen und geblieben, weil eben der Bergbahnhof dieses Wissen gebracht hat. Und später dann, wie ich dann nach München ging, natürlich habe ich mich sehr gewundert. Ich habe mir gedacht, in einer Großstadt wissen Sie jetzt noch viel mehr und ich kann viel mehr lernen. Und da habe ich einfach gesehen, die haben nicht einmal gewusst, von was ich da rede. Und so habe ich das für ein paar Jahre wieder verschwinden lassen, weil man sich natürlich in der Zeit dann ein bisschen geschämt hat, dass man so altes Zeug da an dem glaubt. Also selbst, dass es vielleicht nicht stimmt, habe ich dann zwischendurch gedacht. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich unmöglich. Man hat so viel Arbeit, ohne diesen Mundeinfluss zu achten. Das war mir dann einfach zu viel. Und so habe ich dann wieder begonnen, heimlich zuerst einmal wieder nach den Mondphasen zu leben. Und irgendwann habe ich mich getraut, den einen oder anderen Tipp zu geben, wenn ich gemerkt habe, das ist ja unmöglich, was die da machen. Also Zeitverschwendung, Materialverschwendung und so weiter. Und so ist es dann immer ein bisschen wieder mehr lebendig geworden. Also das bedeutet, wenn ich zu einem gewissen Zeitpunkt, den der Mondkalender vorgibt, wenn ich eine Aussaat durchführe, dann kann es durchaus sein, dass die Aussaat besser keimt, wächst, stabiler ist und resistenter, vielleicht auch gegen irgendwelche Einflüsse wie Pilze oder Insekten, als eine Aussaat, die ich vielleicht drei oder vier Tage vorher oder auch drei oder vier Tage später ausgesät habe. Ja, genau so ist es. Also das funktioniert wunderbar. Doch das, dass viele das nicht gewusst haben inzwischen, wissen so ein bisschen mehr, wer die Bücher hat und so. Aber man kann es sich eigentlich, also aus meiner Sicht überhaupt nicht vorstellen, dass sich jemand so eine Arbeit macht und es ist der falsche Tag. Also mir tut das fast in der Seele weh. Aber gut, man lernt damit umzugehen, das ist nun mal so. Aber ich selber würde das nicht machen. Also wenn an dem Tag, wo es gut ist, richtig regnet und so, oder das Wetter nicht zulässt, mache ich es auch nicht. Dann nimmt man halt den zweitbesten Tag oder so. Aber grundsätzlich schaue ich, und manches geht einfach dann in dem Jahr gar nicht. Und ich denke mir dann auch, gut, vielleicht brauche ich in dem Jahr das gar nicht. Ich muss ja nicht immer alles haben. Aber es ist schon wichtig, in der heutigen Zeit, also gerade jetzt diese vielen Unwetter, die über uns kommen, da muss so viel gemacht werden von Aufforsten oder Renaturisierung. Das sagt man so leicht, aber das müsste auch wirklich gemacht werden. Und wenn ich das einen falschen Mond mache, dann hilft das auch oft nicht. Ich sage jetzt nicht, ein Damm als Beispiel, ein Damm muss ständig in der richtigen Phase nur gebaut werden, wenn er vielleicht auch nicht fertig ist. Aber zumindestens die Fundamente, die Grundmauern. Und die Frage ist, muss ich das überhaupt machen? Das ist einmal die Grundfrage. Das heißt, es gilt nicht nur für Pflanzen, sondern das gilt auch für Gebäude? Das gilt auch für Gebäude, ja. Das ist sehr wichtig sogar, weil man sieht ja auch, manche Gebäude sind zufällig richtig gebaut worden. Die halten ewig. Manche Gebäude zufällig im Falschen. Und da ist immer, das sind Häuser, wo ständig immer etwas kaputt geht, immer was zum Reparieren ist. Und ganz früher, wo das Wissen noch voll vorhanden war, hat man ja viel mit Holz gebaut. Zumindest in der Gegend, wo ich da in Tirol aufgewachsen bin. Oder die Almen zum Beispiel, die hatten wir alle aus Holz gebaut. Und da gab es natürlich auch, wie ich Kind war, schon ein paar Bauern, die gesagt haben, ach, so ein Schmand ist mit dem Mund, ich fahre jetzt da rauf, baue das und so weiter. Und da gibt es ja zum Teil bei den Almen um weit über zwei Meter Schnee. Ja, die haben zum Teil nicht einmal einen Winter überlebt. Und die alten Almen, die gebaut sind, die sind hunderte von Jahren alt. Die haben bis zu drei, vier Meter Schnee, werden die eingeschneit, komplett. Man sieht gar nicht mehr, dass das ein Alm ist. Das taut auf und der Alm steht wieder wie ein Sada. Und man sieht auch in den alten Bauern, in den Museen, dass es Holzhäuser gibt, die viele Jahrhundert Jahre alt sind. Die sind nicht imprägniert, die sind nicht gestrichen und gar nichts. Also man kann es sehr wohl auch beweisen und sehen, dass das gut funktioniert. Aber die Wirtschaft tickt leider so, dass es muss alles vergänglich sein. Es werden ja sogar Sollbruchstellen eingebaut bei Maschinen, die wir ein Leben lang haben könnten. Und die Waschmaschine lebt auch nicht mehr länger als 10, 15 Jahre. Und das sind Sachen, die wir uns nicht mehr leisten können, wenn überhaupt. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Und dadurch ist das Mundwissen jetzt noch ein bisschen stärker in den Vordergrund gekommen, weil ich natürlich schon auch solche Leute auch informiere oder bei Beratungen, die das auch wirklich wissen wollen. Wir können uns diese Sauerei nicht mehr leisten, diese Wegwerfgesellschaft. Das können wir uns nicht mehr leisten, ob wir das glauben oder nicht. Das holt uns ein, der Müll holt uns ein. Und wenn wir wieder etwas nach dem Mond bauen, haben wir das, ich will ja nicht sagen, für die Ewigkeit, braucht man es ja nicht. Aber zumindestens für eine Generation oder für zwei, drei Generationen. Und dann würde sich die Welt auch wieder ein bisschen erholen, weil wir ja das nicht mehr immer wieder neu kaufen. Aber die Politik denkt einfach so, das Wirtschaftswachstum muss sein. Ja, wohin denn? Wenn das alles so gut wäre, dann wären wir ja jetzt nicht da, wo wir sind. Und das ist auch eine Motivation für mich, diese Informationen, wenn es jemand will, schon auch weitergeben. Weil es gibt viele Menschen, die tatsächlich wieder natürlich denken würden. Aber sie wissen oft gar nicht, dass es das gibt, dass man sowas machen kann, dass wenn ich einen Garten mache, ich gehe nach dem Mond, pflanze, sehe, was auch immer, und im Herbst ernte ich, fertig. Ich tue genau ein einziges Mal Ungradierten. Und das auch am richtigen Tag. Gut, dann tue ich eben am ganzen Tag nichts anderes. Macht ja nichts, dafür habe ich ein ganzes Jahr Ruhe. Und so kann man dieses Wissen einbauen. Also nicht fanatisch einbauen und jetzt muss ich und jetzt muss ich. Es gibt Situationen, wo ich sollte, aber es einfach nicht geht. Ja, dann geht es halt nicht. Also man muss nicht immer so hundertprozentig. Man kann es ja auch mal zu Hause ausprobieren. Egal, ob großer Garten oder kleiner Garten. Einfach mal Karotten. Genau. Fensterbrett geht auch schon. Ja, Fensterbrett, genau. Genau. Fensterbrett geht es mit den Kartoffeln, aber ein bisschen schwieriger. Ja, aber es geht mit Kartoffeln, aber auf der Terrasse geht es auch mit Kartoffeln. Da muss ich halt dann einen Eimer nehmen. Genau. So und dann vielleicht zwei, drei Eimer nebeneinander oder halt im Garten halt die Kartoffel zum Kartoffelmondphasenzeitpunkt, zum richtigen Mondphasenzeitpunkt einpflanzen. Und vielleicht drei Tage, vier Tage vorher auch mal und vier Tage später auch mal. Genau. Und zwar in der Nähe voneinander. Nicht, dass es heißt nachher, ja, das hat deshalb nicht geklappt, weil da ist mehr Sonneneinstrahlung und da ist mehr was für Feuchtigkeit und was weiß ich was. Sondern das müsstest du das wirklich mal ausprobieren. Das kostet ja nichts. Und die gleiche Sorte soll es sein. Ja, aus dem gleichen Beutel vielleicht sogar. Ja, genau. Die gleiche Sorte. Das ist am allerbesten, damit man einen gewissen Vergleich hat. Und alles gleich behandeln. Also behandeln meine ich jetzt mit vielleicht einem Naturdünger drauf. Gießen, ja. Gleich wässern und genau, das meine ich damit. Genau. Und dann könnt ihr mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eure Erfahrungen damit mal in die Beschreibung, also nicht in die Beschreibung, in die Kommentare zu dem Podcast einfach mal hinterlassen, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Und das Spannende dabei ist, dass beim Holz, beim Baumfällen, da ist ja nachgewiesen, dass die Bäume weniger, korrigiere mich bitte, weniger Feuchtigkeit haben, wenn sie an bestimmten Tagen gefällt werden. Und deshalb halten sie auch länger. Die Feuchtigkeit ist jetzt, ich glaube, es ist nicht unbedingt die, ja, irgendwie ist es auch die Feuchtigkeit. Es ist so, wenn der Saft steigt. Korrigiere mich bitte, ich bin der völlige Laie. Der Saft steigt nach oben. Also wenn man jetzt zum Beispiel, man muss unterscheiden, für was ich das Holz möchte. Wenn ich also jetzt ein Bauholz möchte, muss ich auf eine andere Mondphase schauen, als wenn ich Brennholz möchte. Brennholz muss ich in einer Phase schneiden, wo das Holz zwar gut trocknet, aber dann auch brennt. Beim Bauholz muss ich darauf achten, dass es langsam trocknet und dafür eine Ewigkeit haltbar ist. Oder sagen wir mal eine halbe Ewigkeit, ein paar hundert Jahre oder so. Zumindest ein paar Generationen. Und wenn ich jetzt ein Holz mache für Feuchtigkeit zum Beispiel, für draußen Brücken und so weiter, da ist es wieder eine andere Mondphase, weil dieses Holz muss ganz stabil bleiben, aber es darf, wenn es nass ist, nicht rutschig werden. Und so gibt es ganz viele verschiedene. Das heißt, man könnte jetzt nicht sagen, Holz schlägert man da und da, sondern es kommt darauf an, was ich möchte. Wenn ich zum Beispiel Bauholz möchte, dann ist der 21. Dezember der beste Zeitpunkt bis 6. Januar. Also in dieser Zeit von 21. Dezember bis 6. Januar geschlägertes Holz kann ich alles verwenden als Bauholz. Und so gibt es natürlich verschiedene vom Datum her, was überhaupt nicht mehr mit dem Mond zu tun hat, sondern das ist ein bestimmtes Datum, wo ja jedes Jahr der Mond anders liegt. Und das ist ein Erfahrungswissen von vielen hundert Jahren, was viele Holzarbeiter früh auch aufgeschrieben haben. Und da gibt es auch noch den 24. Juni, da wurde in der ländlichen Gegend, wurde da Vormittag Holz geschlagen. Ziemlich viel, was halt in den Vormittag geht. Und zwar deshalb, weil dieses Holz am 24. Juni Vormittag geschlagen, kann man grün verbauen. Grün verbauen bedeutet, es braucht nicht ablagern und trocknen. Und es kann grün verbaut werden, es verzieht sich nicht, es schrumpelt nicht ein, es dreht sich nicht und es spaltet sich auch nicht. Und das hat man gemacht als Lager, weil früher ja doch öfter mal Höfe gebrannt haben. Und wenn ein Haus brennt, muss man ja sofort aufbauen. Und wenn jetzt da gerade mitten im Sommer ist, hat man vielleicht zu wenig gelagertes Holz. Oder auch mitten im Winter hat man vielleicht auch zu wenig gelagertes Holz. Und so hat man relativ schnell aufgebaut. Das kann man in die heutige Zeit nicht umsetzen, das ist mir schon klar. Aber es kann ja der eine oder andere mal einfach probieren für sich. Wenn er sagt, ich möchte eine Veranda bauen oder ich möchte ein Kapord bauen oder irgendwas aus Holz, dann schlägert man an der guten Phase und dann kann man es ablagern, trocknen, was auch immer. Und das steht da wie ein Einser, auch nach zehn Jahren noch. Und nicht, dass Sie die Balken drehen. Jetzt mal eine Frage, wenn ich jetzt zum Baumarkt gehe, zum Baumarkt deines Vertrauens, oder zu meinem Vertrauen, dann kann ich ja nicht hingehen und sagen, du, lieber Baumarkt, wann ist das Holz denn gefällt worden? Sondern er sagt, nimm das, was da ist. Ja, natürlich. Aber ein, Anja, das geht nicht. Aber einer, der Erfahrung hat, jemand, der Erfahrung hat, kauft bei aller Liebe, aber der kauft das Holz nicht beim Baumarkt, bei keinem Baumarkt. Wo kriegt man das? Naja, bei einem Sägewerk. In einem Sägewerk. Bei einem Sägewerk. Apropos Sägewerk, da ist es so, mein Groß, 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 Großonkel, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg, ist er nach Kanada ausgewandert und der war, der hat ein Sägewerk geleitet. Und der hat genau das Gleiche gesagt, was du auch sagst. Dass es total spannend ist, dass das gleiche Holz an verschiedenen Tagen gefällt, unterschiedliche Eigenschaften hat. Und wenn wir uns, also ich meine, das hört sich erstmal für Menschen, die sich da noch nie mit beschäftigt haben, hört sich das ein bisschen neudeutsch strange an, ja. Aber wenn wir uns mal schauen, welche Kraft der Mond auf das Meer hat, dass da Ebbe und Flut entsteht, dass viele Dinge am Mondzyklus festgemacht werden, ja, von der Natur her. Also Auswirkungen gibt es da definitiv. Aber jetzt haben wir ja schon unsere Kräuter, die haben wir schon gesetzt, ja. Gilt es auch, wenn ich jetzt irgendwie Marmelade einmache, Gelee einmache, also man kann diese Dinge auch selbst anmachen, man muss sie nicht im Supermarkt kaufen. Ja, ist ein bisschen aufwendiger, aber schmeckt meistens besser. Hat das auch da was mit zu tun oder ist das eher egal? Nein, nein, das hat viel damit zu tun. Also ich mache Marmelade, wenn es gar nicht anders geht. Zum Beispiel heuer sind die Himbeeren alle sehr viel gleichzeitig gereift. Ich kann da auch nicht immer warten. Die Himbeeren sind gleich einmal kaputt. Da habe ich auch einen falschen Zeitpunkt nehmen müssen. Das macht nichts, weil man dann einfach diese Marmelade, die werden bei mir mit einem roten Punkt versehen. Und dann weiß ich, diese Marmelade nehme ich als erstes her. Und alles andere, was ich Zeit habe zum richtigen Zeitpunkt, das hält Jahre, viele Jahre. Also so lange hält es nicht, weil es ich aufesse, aber würde halten. Es gibt ein Tierkreiszeichen, wo man es möglichst gleich am gleichen Tag essen muss, wenn es wirklich sein muss. Oder in Kühlschrank, das geht auch wunderbar. Aber das ist eine Jungfrau. Jungfrau, die zwei Tage im Monat wie eine Jungfrau ist, und es geht nicht anders, die sollte man gleich verbrauchen. Jungfrau ist ein Tierkreiszeichen, wo jede Marmelade und alles, was man einmacht, relativ schnell schimmlig wird. Und das sollte man reichen. Eine Frage, Frage, das hat jetzt aber nichts mit dem Tierkreiszeichen Jungfrau, das ist im September, Ende August bis Ende, sondern im Monat die zwei Tage, von denen du gerade machst. Das ist Jungfrau im Mondzyklus und Jungfrau im September, das ist Jungfrau vom Sonnensystem her, das ist von der Astrologie. Also wer da im September geboren ist, ist eben Jungfrau oder Ende August. Und da ist dieses Wissen um den richtigen Zeitpunkt, ist alles der Mondeinfluss. Das heißt, in einem Monat kommt jeder Kreiszeichen vor. Und manchmal zwei Tage und ab und zu drei Tage, aber immer zwei Tage. Ja, also diese Mondphasen, was in unseren Büchern steht, dreht sich nicht um das Holoskop vom Sonnensystem, sondern vom Mondsystem. Und das ist auch lustig, ganz am Anfang, wie ich so die Vorträge gemacht habe und da auch noch wenige Erfahrungen gehabt habe, dass die Leute so zum Teil gar nichts wissen. Da kann ich mich erinnern, in München war das, habe ich mir gesagt, also es wäre halt sehr gut, wenn jemand dünnes Haar hat, dass er an Löwe die Haare schneidet, dann werden die Haare dichter. Und die hat tatsächlich gemeint, ja, ich kann aber nicht nur einmal im Jahr die Haare schneiden. Und von daher weiß ich, dass die das einfach gleich einmal so, ja, ich kann nicht sagen verwechseln, aber sie meinen dann vom Sonnensystem. Also das ist der Löwe, der zwei Tage im Monat vorkommt. So wie jedes Tierkreiszeichen. Immer zwei oder drei Tage und am nächsten Monat ist das Gleiche wieder. Also wenn ich sage zum Beispiel, Kartoffeln gehören an Fisch gesetzt, also nur ein Beispiel, dann kann ich den April hernehmen oder den Mai. Der Mai ist natürlich besser, aber ich kann auch an April hernehmen, je nachdem eben Fisch und nicht bis März, also März ist Fisch vom Tierkreiszeichner, vom Sonnensystem. Wenn ich also dann in der Zeit die Kartoffeln setzen würde, die kommen überhaupt nicht, weil der Boden zu kalt ist. Also es ging gar nicht mehr. Man muss immer ein Mondsystem nehmen. Nehmen, okay. Ich bin ja schon öfter mal operiert worden, insgesamt acht oder neun Mal. Wow. Und da hat auch eine Dame zu mir gesagt, du frag mal, ob du dann und dann einen Operationstermin haben kannst. in einer großen Klinik in München. Und also die Operationen waren geplant. Ich habe dann angerufen und fragte nach, ob ich an dem, dem Tag die Operation, ob das machbar wäre. Man konnte das noch planen, im Voraus so vier Wochen. Und da hat die Dame gefragt, warum. Dann habe ich ihr es erklärt, dass mir jemand gesagt hat, aufgrund des Mondphasenkalenders, dass dann die Heilung besser sein könnte. Und da hat die Dame zu mir gesagt, das stimmt. Und da war ich wirklich platt, dass eine Klinik hier in München, dass die Mitarbeiterin mir das bestätigt hat. Ja. Ja, das fand ich super fasziniert. Ja. Und was kannst du da zur Operation sagen, was heilt dann besser? Wie geht das dann? Naja, da hast du mal Glück gehabt, dass du das Verständnis geerntet hast. Aber man muss das Verständnis gar nicht haben. Man muss es oft in der Klinik gar nicht sagen, sondern man kann nicht sagen, man hat nur da und da Zeit und dort natürlich ein paar Termine vorschlagen, dass die nicht überfordert sind. Aber inzwischen gibt es viele Ärzte, die nach dem Mond gezielt gehen. Ich muss sagen, ich finde es sehr toll, dass sie das machen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber ist immer noch besser wie gar nicht, sie machen es, weil sie einen guten Ruf haben wollen. Wenn du bei dem Professor operierst, das klappt wunderbar und der Professor kriegt einen guten Ruf. In Wirklichkeit ist der Mond ein Fluss, weil ich glaube nicht, dass es einen Professor gibt, der schlecht ist. Es kann auch vorkommen oder es hat ein Alkoholproblem. Aber grundsätzlich bin ich schon der Überzeugung, dass jeder Arzt sein Bestes gibt und nicht leichtsinnig operiert. Das heißt, diese unterschiedlichen Ergebnisse, die sind tatsächlich, wenn die Mundphase gut ist, und zwar im abnehmenden Mund. Wenn es irgendwie geht, sollte man im abnehmenden Mund operieren und bei zunehmenden, wenn es Notfall ist, auf jeden Fall immer auch nicht schauen, selbst wenn Vollmond ist, aber ansonsten zunehmenden Meiden. Und die Ärzte haben ein großes Problem, das zuzugeben. Und es gibt immer wieder Einzelne, die das schaffen, die sagen aber dann, sag ja nicht meinen Namen. Das würde ich sowieso nicht machen. Aber ich finde es lustig, dass gerade in der Schönheitschirurgie Ärzte, die schon einen Namen haben, die wirklich einen guten Namen haben, man sieht ja das, wie manche verschandelt werden und manche tatsächlich hinterher, oder zumindest meinen sie es, dass es besser ausschaut. Aber der Heilprozess von den Nähten und so weiter ist tatsächlich ein großer Unterschied. Und die operieren… Unter Blutverlust auch. Unter Blutverlust auch. Unter Blutverlust auch, genau. Und das hängt ja alles zusammen. Der Körper fängt ja an zu rebellieren, wenn du einfach aufgeschnitten wirst. Das ist ja etwas, was er normalerweise nicht mag. Und bei abnehmendem Mund ist die Zirkulation anders. Auch beim Zahnarzt. Jeder Zahnarzt kann da das bestätigen. Aber die Ärzteschaft tut sich einfach schwer. Sowas, das ist für sie eine Lappalle und soll so gut helfen. Ja, aber es hilft halt. Und jeder… Ich merke das immer wieder, wenn wir Anfragen haben von Operationen. Ja, es muss doch am anderen, aber ich bin ja froh, dass ich endlich drankomme. Und dann sind sie oft Monate, Jahre krank hinterher. Also die haben mehr Schaden durch die Operation, als wir es vorher hatten. Und da werden sie dann schon aufmerksam und sagen, okay, bei der zweiten Hüfte passe ich jetzt auf. Und ich erlebe das. Es gibt 70-Jährige, die lassen sich ihre Hüfte neu machen. Die gehen wieder Skifahren. Ja, es war überhaupt kein Problem mit der heutigen Technik, die die Medizin hat. Die ist ja da unwahrscheinlich fortgeschritten. Und dann kommt die zweite Hüfte am falschen Mund und die landen am Rollator. Ja, und das ist keine Seltenheit. Und das ist immer so schade, weil ich denke, ein alter Mensch ist ja ohnehin schon geschwächt. Warum muss man da solche Experimente machen, die nicht sein müssten? Und ich finde, bei Kindern, Jugendlichen… Beim Experiment ist es aber so, dass ein gewisses Hintergrundwissen vorhanden sein muss, beim Oberarzt, beim Stationsarzt, damit er überhaupt das Experiment durchführen kann. Ja. Ich glaube jedoch, dass die Mediziner sehr, sehr viel lernen und auch sehr, sehr kompetent sind, was ihr Fachgebiet betrifft. Was darüber hinausgeht, kann ich nicht beurteilen. Also vermutlich eher wenig. Ich glaube, die Alten, die wissen das. Die Alten, die wissen das. Es ist schon schwer. Man muss einmal überlegen, das Gesundheitssystem, was wir haben, das ist in Österreich, Deutschland ähnlich, was wir haben, ist ja eigentlich ein Krankheitssystem. Wenn wir ein Gesundheitssystem hätten, dann würden wir Sachen, die vorbeugend helfen, wie zum Beispiel bestimmte Massagen oder Chiropraktiker, dann würde das die Kasse bezahlen und wir würden gar nicht bis zum Bandscheibenvorfall kommen. Das System, das ist aber nicht das Einzige. Es ist auch so, wenn wir heute mal einen Arzt anschauen und ich nehme jetzt einmal an und das meine ich ganz ehrlich, dass jeder Arzt möchte, dass er gut ist und dass er den Patienten auch helfen kann. Aber wenn das System so ist, dass ich von der Beratung gar nichts davon habe, ich habe auch die Zeit, auch gar nicht. Das heißt, ich habe monatlich mein Gehalt, nur wenn ich was verschreibe. Wenn das System so ist, dann ist doch das komplett logisch, dass der Arzt kein Interesse mehr hat, früher oder später, dass er dem Patienten sagt, wie er gesund wird. Da kommt er auch noch dazu, nicht nur, dass dann das nichts kostet, da kommt auch noch dazu, dass der mindestens 50 Prozent, wenn wir Pech haben, noch mehr an den Patienten das gar nicht hören wollen. Die wollen nicht hören, du sollst jetzt weniger Fleisch essen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die wollen das gar nicht hören. gib mir eine Pille, gib mir eine Pille, hauptsächlich. Genau, ganz genau. Und das meine ich mit System. Der Arzt kann in der heutigen Zeit, kann man sagen, eigentlich gar nichts mehr dafür, wie soll er leben? Von was soll er leben? Und ich weiß das selber, ich mache ja nur harmlose Beratungen mit Garten oder wann mal ein Baum fällt und so. Und selbst das ist Zeit und Energie. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste von dem leben, ich mache das ja so, ich muss ja von dem nicht leben, ich müsste von dem leben und ich kriege aber nichts dafür. Wenn ich dem jetzt ein Rezept gebe oder irgendwas verkaufe, dann habe ich Geld und der ist auch noch zufrieden. Das heißt, der ist ja nicht zufrieden, weil ich ihm Moralpredigt habe, sondern der ist erst zufrieden, wenn ich ihm was gebe, wo er die Hoffnung hat, wenn ich das schlucke, dann ist alles okay. Und das meine ich mit dem System. Wir haben ein falsches System, das können wir nicht jetzt so schnell ändern, aber vielleicht gelingt es eines Tages zu sehen, dass wir mit dem, was wir jetzt haben, nie Land sehen werden. Nie. Das Gesundheitswesen, da heißt es immer, fahren wir an die Wand. Nein, wir fahren es nicht an die Wand. Wir haben es schon an die Wand gefahren. Und da könnte man so viel noch machen. Machen wir einen zweiten Podcast draus. Gehen wir zurück zu den Mondphasen. Ja, okay. Ja, aber es ist einfach schade. Naja, die Mondphasen allein kann man ja schon so viel machen, dass es einem täglich gut geht. Wenn man sich einmal ganz logisch überlegt, es gibt zwölf Tierkreiszeichen, also zwölf Phasen, die einen bestimmten Einfluss haben im Monat. Und diese zwölf Sachen, da gibt es, also in diesem Tierkreiszeichen, gibt es Sachen, die gut funktionieren. Und es gibt Sachen, die extrem schlecht funktionieren. Da rede ich jetzt nicht von gut und schlecht, sondern nur, was ich eben gerade mache. Zum Beispiel, ich tue nur eine Wand, ein Zimmer ausmalen. Der eine mag es vielleicht gerne, aber der Großteil mag es nicht. Das heißt, die Farbe stimmt nicht, das Abkleben ist schwer, das Wegputzen geht dann nicht und so weiter. Wenn ich da auf den Mond schaue, habe ich in kurzer Zeit das ausgemalt. Die Farbe fließt einfach gut, es klebt nicht, es patzt nicht und es macht einfach mehr Freude. Und deshalb macht es Sinn, wenn ich das mache, was gut ist und zwölf von den zwölf Sachen, die sind nur eine gut an dem Tag. Das heißt, elf Sachen kann ich mir sparen. Elf Sachen, die nichts aus mir Zeit rauben und gleichzeitig einen Frust mir geben, weil es nicht funktioniert. Und das allein wäre es schwer. Wie berechnet man sich damit zu beschäftigen? Wie berechnet man denn den Kalender? Machst du das? Der Kalender, ich meine, bist du eine Expertin dahin? Nee, der Kalender, der wird, ja, den kann man kaufen. Also einen Kalender brauche ich auch. Ohne Kalender kann ich auch nichts machen. Einen Kalender braucht man, das ist aber das einzige Werkzeug. Alles andere kann ich mir aneignen oder lesen, wenn man so gar nichts weiß. Wenn man nur das erste Buch kauft, das vom richtigen Zeitpunkt, kann ich von der Gesundheit bis zum Holz verarbeiten, ausbauen, alles so lesen, dass ich es üben kann. Und das ist auch wichtig. Man soll es üben. Und das Buch, das hast du herausgegeben. Ja. Mit meinem Mann, Thomas Popper. Und das verlinkt mir natürlich auch mit der Mann, jawohl, den nennen wir auch noch. Und nicht, dass wir den vergessen. Und das Buch verlinkt mir natürlich auch in der Beschreibung zum Podcast. Und welche Kapitel behandelt da das Buch? Ja, das kommt darauf an. Also das erste Buch behandelt von Garten bis Operationen, Hausbauen, alles, wie soll ich sagen, so im Schnellkurs, dass man überhaupt einmal weiß, ich wusste ja gar nicht, dass das geht. Also es ist so geschrieben, dass wenn jemand noch gar nichts weiß, dass es das überhaupt gibt, dann kann er mit dem ganz viel anfangen, kann alles durchtesten, bis hin, wann er die Haare schneidet, wann seine Operation besser geht oder weniger gut, Garten, Hausbauen. Natürlich aufgrund des Erfolges von dem Buch wollten die Leute mehr wissen. Und ich kann, wenn ich mehr schreibe von einem Wissen, dann muss ich mich auf ein Thema beschränken. Das heißt, es gibt eins über Ernährung und es gibt eins speziell zum Hausbauen, wenn einer immer sagt, mich interessiert überhaupt nicht, was ich esse, ich möchte nur das Haus richtig bauen. Ein Tischler wird andere Informationen wollen wie eine Köchin und so weiter. Und so sind dann mehrere Bücher entstanden, dass man, das sind dann intensiver in die Thematik, sind wir da reingegangen. Aber das erste Buch reicht, das reicht als Überblick, das reicht zum Anwenden, das reicht, dass man Verständnis dafür entwickelt, warum ist das Ganze so. Und wie gesagt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denkt daran, der Mond hat eine Auswirkung auf Ebbe und Flut und er sorgt auch dafür, dass die Erde sich, ich sag jetzt mal, verbiegt, weil der Mond auch eine eigene Anziehungskraft hat. Das heißt, die Erde verformt sich immer mit dem Teil, der in Richtung Mond sich gedreht. Da wird die Erde um ein paar, keine Ahnung, Zentimeter, Millimeter, weiß ich nicht, die wird dann auch nach außen gedrückt. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge und dieses Wissen über den Mond, das hat ja nicht die, hat ja nicht die Johanna jetzt sich irgendwie aus den Fingern gesaugt, sondern das ist ja Tausende von Jahren alt. Ja, Tausende, genau. Also ganz viel ist verschwunden mit den Kelten. Die Kelten haben das alles noch. Es gibt auch noch Keltenwege, die sind noch erhalten, über tausend Jahren. Aber da ging es so ein bisschen bergab, dann ging es wieder rauf, dann wieder runter. Man weiß nie genau, wann es wirklich, also am meisten ausgelöscht wurde, dieses Wissen nach einem zweiten Weltkrieg. Da war auf einmal auch der Wiederaufbau, der Boom mit Maschinen, Wirtschaft, Industrie und die Industrie hat kein Interesse mehr. Man hat es auch nicht mehr gebraucht, anscheinend. Es war ja wirklich so, dass man gemeint hat, das braucht man jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir den Saustall da, jetzt weiß man, dass das ein Fehler war und die, die verantwortlich sind, bemühen sich immer noch nicht, das rückgängig zu machen, weil sie von dem profitieren und nicht vom Rückgang. Das können wir nicht ändern und wir brauchen da auch nicht jammern. Sagen wir es gerade aus, sagen wir es gerade aus, ist die Chemieindustrie. Genau, und man kann es jetzt nicht ändern, aber was sich ändern kann, ich brauche nicht mitmachen. Wenn das einmal mehr Leute begreifen würden, dass sie einfach, es gibt Firmen, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber jeder weiß, was man meint, die das ganze Wasser für sich benutzen, verkaufen teuer, Süßigkeiten. Du meinst eine Firma in der Schweiz, die mit Nest anfangen und leer aufhört, oder? So ähnlich, ja, und da kann man nichts machen. Die haben ja schon angefangen, den Namen gar nicht mehr sichtbar draufzuschreiben, weil es viele nicht mehr kaufen, wenn sie die Firma sehen. Also man muss beim Kaufen einfach schauen. So, die können Sauerei anstellen, was sie wollen. Das kann ich nicht ändern. Was ich aber ändern kann, ist, ich kaufe das nicht. Und das ist wichtig. Dieses Vakuum, was ich erzeuge, mit dem ich das jetzt kaufe, wird es wieder gefüllt. Und erst wenn die nicht mehr diese Masse an Geld haben, werden sie nachdenken. Und keine Sekunde vorher. Nicht mit Vernunft, mit nichts. Aber wenn ich, wenn man... Man sieht es ja auch jetzt gerade bei der EU, das Glyphosat ist jetzt wieder um weitere zehn Jahre, richtig? Ja, unwahrscheinlich. Unglaublich. Ja, ja. Das kommt ja von der Firma Bayer in Leverkusen. Ja, genau. Die haben das ja aufgekauft. Und da ist halt sehr, sehr viel mit, das wird sehr, sehr oft auf Äckern eingesetzt, weil die Pflanzen halt das benötigen, weil sie nicht stark genug sind. Vielleicht auch nicht, weil sie nach dem Mondkalender... Weiß ich nicht. Nein, nein, sie sind ja wirklich so weit. Sie können es wirklich nicht. Ja, sie können es nicht. Und wenn wir als Konsumenten, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber das macht ja nichts. Wenn wir als Konsumenten uns dagegen wehren, dass wir sagen, wir möchten keine Produkte, in denen Glyphosat vorhanden ist oder verwendet wurde, verwendet wurde, es ist ja auch da drin, das Zeug, dann müssen die sich umstellen. Also die Macht des Konsumenten ist vorhanden, bedeutet aber, jetzt kommen wir wieder zurück zum Vergleich mit dem Arzt, man muss sich ein bisschen selbst drum kümmern, dass man nur das einkauft, was halt sinnvoll ist und nicht einfach ins Regal geht, was am billigsten ist. Gut, jetzt ist es natürlich auch so, Lebensmittel sind sehr, sehr teuer geworden in letzter Zeit und viele Familien müssen ums Überleben kämpfen. Keine Frage. Nur, wer es sich leisten kann, schaut bitte, dass ihr Produkte kauft, die ihr aus dem Bioladen euch holt. Oder am besten, wenn ihr einen kleinen Garten habt, da reichen ja auch ein paar Quadratmeter, dass ihr wenigstens für, was weiß ich was, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mahlzeiten euer eigenes Bio-Gemüse habt. Und wann ihr das pflanzt, dieses Bio-Gemüse, wie gesagt, da kann euch die Johanna helfen, sie hat ein Buch geschrieben. Machst du auch Kurse oder irgendwelche Coachings? Machst du auch sowas oder nicht? Ja, das kann man so nicht nennen. Also ich bin immer bereit, dass ich zu Vorträgen, dass ich Vorträge mache und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist mir langsam, ich muss ein bisschen abbauen, dass ich einfach nicht, wenn ich das mache, wo ich nachgefragt werde, dann könnte ich Tag und Nacht arbeiten. Und ich muss auch lernen, ein bisschen Nein sagen, ein bisschen das kürzen. Aber wir dann nach wie vor alle Leserbriefe beantworten, das ist uns sehr wichtig. Das ist eigentlich unsere Hauptarbeit, das fangen wir in der Früh schon an, dass wir das machen. Und Kurse, ich mache Mondwochen, wo man eine ganze Woche lang das mit dem Mond lernen kann, in der freien Natur, auch natürlich in schönen Hotels mit gutem Essen. Und da schauen wir auch, dass die Menschen so ernährt werden, wie es für sie gedacht ist. Und das ist dann mehr oder weniger so ein Kurs, der so automatisch eingebaut ist. Wo kann man die Daten für deine Kurse im Internet finden? Wie heißt deine Webseite? Die Webseite heißt www.pankapoppe. Das ist ganz einfach. Es ist so, dass die immer, wir schaffen es gar nicht, bis auf die Webseite zu tun, weil es schon vorher ausgebucht ist. Deshalb machen wir da nichts öffentlich. Die ist einfach so schnell voll. Aber deine Webseite heißt trotzdem, wie nochmal? Ja, punkapoppe.com Genau. Und wer es nicht, wer es nicht irgendwie mitbekommen hat, weil er gerade im Auto unterwegs ist, der kann natürlich die Webseite auch verlinkt in den Show Notes sich durchlesen, beziehungsweise halt da drauf drücken, auf den Link. Liebe Johanna, wir kommen zum Ende des Podcasts. Haben wir irgendetwas vergessen? Wir wollen einen Überblick geben. Also ich glaube nicht. Das Wichtigste ist einfach, dass man die Leute nicht bekehren will und nerven will mit dem, sondern einfach, ich sage immer, probiert es einfach aus. Und zwar das, was ihr ohnehin macht. Ihr müsst jetzt nicht extra irgendwas tun. Sagen wir, wenn man sowieso weiß, jetzt hat man einen Friseurtermin, dann gehe ich halt zu meinem richtigen Zeitpunkt. Und dann mal schauen, dass es mir besser geht. Oder ich pflanze was. Einfach das, was ich sowieso mache. oder Fingernägel schneiden. Irgendwas, wo ich dann merke, wow, jetzt sind die Fingernägel nicht mehr brüchig. Jetzt sind sie richtig gut und hart. So Kleinigkeiten, die jeder sowieso macht. Ob er jetzt auf den Mund schaut oder nicht. Da kann man ja genauso gut einmal auf den Mund schauen. Wie gesagt, einen Kalender braucht man. Und das brauche ich auch. Weil sonst, ich weiß nicht, was sonst im August ist. Oder ja, das ist eigentlich wichtig. Ja, klar, 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 klar. Also es kostet nichts. Mach das mal. Und hättest du noch einen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, den sie in den Alltag einbauen können. Oder haben wir jetzt schon alle Tipps gesagt, die wir geben können? Ja, die Tipps werden im Prinzip endlos. Der wichtigste Tipp ist, traut euch einfach einmal das probieren. Ohne Vorteile. Es tut nicht weh. Einfach probieren. Es tut nicht weh. Genau, es tut nicht weh. Es schmerzt. Kostet nichts. Genau. Und dann sieht man es, dass es funktioniert. Und dann freut man sich auch. Und sonst hat man das Gefühl, es wird einem was ein- oder ausgeredet. Das macht ja auch keinen Sinn. Genau. Und macht das zwei, drei Mal, damit ihr auch wirklich seht, dass da ein Erfolg da ist, dass sich das ändert. Ja, oder falsch machen. Gezielt falsch machen. Das nächste Mal. Das wäre auch was. Das geht auch. Dass man es einmal so macht und einmal so macht. Ja, mit Pflanzen zum Beispiel. Über den Zeitraum. Genau. Der muss gar nicht länger sein. Man kann das mit Pflanzen machen. Mit Pflanzen einmal richtig, einmal falsch. Mit der gleichen Erde, mit dem gleichen Produkt. Kann man sofort machen. Und merkt man sofort. Und vor allen Dingen, man braucht nie mehr Gießen dann. Man braucht draußen nichts mehr an Gartengießen, wenn man noch einen Mond anbaut. Und das ist ja auch allein von der Umwelt her ein ganz wichtiger Schritt, den wir lernen müssen. Und nicht Bewässerungsanlagen. Das braucht es nicht. Wenn ich so einen richtigen Mond pflanze, brauche ich keine Bewässerungsanlage. Frage. Wenn ich jetzt aus dem Baumarkt, wenn ich da eine Pflanze jetzt mir kaufe, so eine, was weiß ich was, eine Eibe oder irgendeine Hecken, andere Heckenpflanze, ich kaufe die jetzt, dann hat die ja schon per Geburt ihr Mondphasen-Geburtsdatum, sage ich jetzt mal, dabei. Macht es aber dennoch Sinn, dass wenn die Pflanze, wenn ich die dann als Heckenpflanze beispielsweise einpflanze, dann auch zum gewissen Datum dann auch wieder ein... Ja, ja. Der Unterschied ist nur, wenn ich von einer... Die sind ja alle so hochgezüchtet. Der Unterschied ist nur, ich muss die im ersten Jahr tatsächlich ab und zu gießen. Auch wenn der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen ist. Weil die sind so verwöhnt, die wissen gar nicht, dass sie ohne Wasser auskommen können und dass sie dann einfach weiter runterwurzeln und dann kriegen sie auch was. Wenn die immer gleich von oben was kriegen, die Pflanze kommt gar nicht auf die Idee runterzuwurzeln. Und wenn sie nicht runterwurzelt, dann ist es natürlich anfällig, bei Trockenheit trocknet sie aus und bei Regen verfault sie. Wenn sie aber runterwurzeln darf, das kann sie ja gar nicht, wenn sie von oben immer zugeschüttet wird. Und dann braucht man oft fast ein halbes Jahr, bis die Pflanze, das heißt, das genügt dann wirklich einmal im Monat gießen. Aber da auch, da gibt es auch den richtigen Zeitpunkt, nur ein Fisch, Krebs und Skorpion und dann keinen anderen Tag gießen und dann viel und dann nichts mehr. Und am nächsten Tag steht die Hecke oder was immer das ist wie ein Einser da. Perfekt, dann bedanke ich mich bei dir für diesen spannenden Podcast und wie gesagt, glaubt mir, das funktioniert wirklich, probiert es aus, haben wir es schon ein paar Mal gesagt, probiert es aus. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Johanna, für diesen interessanten, aufschlussreichen Podcast und natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass wenn ihr gesund seid, gesund bleibt, wenn ihr krank seid, dass ihr ganz, ganz schnell wieder gesundet. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und Johanna Paunke.